Ich lerne Deutsch. Nummer 2729 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mein Herz schlägt für Kaffee. Ich kenne viele verschiedene Sorten und kann sie unterscheiden. Mein Herz schlägt für Kaffee. Ich kenne viele verschiedene Sorten und kann sie unterscheiden. Mein Herz schlägt für Kaffee. Ich kenne viele verschiedene Sorten und kann sie unterscheiden. Ich habe schon Popcorn gekauft, weil wir uns heute Abend einen Film ansehen wollen. Ich habe schon Popcorn gekauft, weil wir uns heute Abend einen Film ansehen wollen. Halte die Pinsel so, dass sie dein rechtes Auge vollständig bedecken. Halte die Pinsel so, dass sie dein rechtes Auge vollständig bedecken. Als Kinderkrankenschwester liegt mir die Gesundheit unserer kleinen Patienten sehr am Herzen. Als Kinderkrankenschwester liegt mir die Gesundheit unserer kleinen Patienten sehr am Herzen. Es sind noch Erdbeeren von gestern übrig. Du kannst sie in dein Müsli tun. Über dem Projekt hängt eine dunkle Wolke. Wir müssen alles noch einmal überarbeiten. Über dem Projekt hängt eine dunkle Wolke. Wir müssen alles noch einmal überarbeiten. Ich würde auch gerne dorthin reisen. Darf ich dich begleiten? Ich würde auch gerne dorthin reisen. Darf ich dich begleiten? Während des gemeinsamen Sommerurlaubs machen wir viele Fotos am Strand. Während des gemeinsamen Sommerurlaubs machen wir viele Fotos am Strand. Es gibt immer gute Ergebnisse, wenn wir beide zusammenarbeiten. Es gibt immer gute Ergebnisse, wenn wir beide zusammenarbeiten. Mit Hilfe eines Mikroskops sehe ich die kleinsten Dinge. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich habe einen Fehler in der Liste gefunden. Können wir jetzt darüber reden? Ich bin jederzeit bereit, mit dir über dieses interessante Thema zu diskutieren. Ich bin jederzeit bereit, mit dir über dieses interessante Thema zu diskutieren. Ich bin jederzeit bereit, mit dir über dieses interessante Thema zu diskutieren. Auch heute habe ich wieder viel Geld für den Kauf von Kleidung ausgegeben. Auch heute habe ich wieder viel Geld für den Kauf von Kleidung ausgegeben. Es war schön, dich wiederzusehen. Wir haben so viel gelacht wie nie. Es war schön, dich wiederzusehen. Wir haben so viel gelacht wie nie. Wird mein Gesicht braun, wenn ich es in die Sonne halte? Wird mein Gesicht braun, wenn ich es in die Sonne halte? Wenn ich so lange am Bildschirm arbeite, ermüden meine Augen. Wenn ich so lange am Bildschirm arbeite, ermüden meine Augen. Ich kümmere mich noch intensiver um meine Tochter, seit mein Mann mich verlassen hat. Ich kümmere mich noch intensiver um meine Tochter, seit mein Mann mich verlassen hat. Ich bin wieder unterwegs zum Shopping und hoffe, noch viele neue Teile kaufen zu können. Ich bin wieder unterwegs zum Shopping und hoffe, noch viele neue Teile kaufen zu können. Wenn ich in der Küche einen Kuchen backe, sind meine Kinder immer da, um zu helfen. Wenn ich in der Küche einen Kuchen backe, sind meine Kinder immer da, um zu helfen. Ich will davon nichts wissen und schaue es mir lieber gar nicht erst an. Ich will davon nichts wissen und schaue es mir lieber gar nicht erst an. Unser Team arbeitet in einem Großraumbüro. Unser Team arbeitet in einem Großraumbüro. Unser Team arbeitet in einem Großraumbüro. Keine Herausforderung ist mir zu groß. Ich werde es auch dieses Mal schaffen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich werde es auch dieses Mal machen. Vielen Dank.